Die Privatschule Domino Surveight geriet zuletzt nach einer Doku in die Kritik. Das Bildungsdepartement will die Sache nicht weiter untersuchen. Das Bildungsdepartement verzichtet auf eine weitere Untersuchung im Zusammenhang mit den Vorwürfen über mutmaßliche Züchtigungen an ehemaligen Schülerinnen und Schüler in einer Privatschule in Kaltbrunn-SG. Stattdessen werde eine Anlaufstelle geschaffen. Seit einer DOK-Sendung des Schweizer Radio- und Fernsehens, SRF, betreffend die Privatschule Domino Surveight haben sich beim St. Galler Bildungsdepartement vier weitere mutmaßliche Opfer gemeldet, wie Stefan Kölliker, SVP, Vorstär des St. Galler Bildungsdepartements, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Kiestone-SDA sagte. Insgesamt seien bis jetzt fünf ehemalige Schülerinnen und Schüler der Privatschule an den Kanton gelangt. Ein Aussteiger aus der Gemeinschaft wies gemäß einer am Mittwoch verschickten Mitteilung des Bildungsdepartements bereits im Jahr 1999 auf Missbräuche gegenüber den Kindern, namentlich körperliche Züchtigungen, hin. Im Schreiben vom Mittwoch betonte das Bildungsdepartement, dass aus Sicht der St. Galler Regierung die damalige Schulaufsicht genügend unternommen habe, um Verdachtsfälle bei der Privatschule zu überprüfen. Dass dies damals nicht gelungen sei, sei erklärbar und eine neuerliche Untersuchung sei nicht erforderlich, hieß es in der Mitteilung weiter. Es steht zum Teil Aussage gegen Aussage. Für die Schulaufsicht sei vor 25 Jahren die Untersuchung schwierig gewesen, weil sich in der Glaubensgemeinschaft die Eltern von Schülerinnen und Schülern und das Schulpersonal gegenseitig gedeckt hätten, so Kölliger weiter. Nun wolle das Bildungsdepartement die mutmaßlichen Opfer mit einer Anlaufstelle unterstützen. Es gelte abzuwarten, welche Meldungen an das Departement gelangten und welche Schritte der Kanton im Falle weiterer Anschuldigungen unternehme. Die Anlaufstelle habe das Ziel, den ehemaligen Schülerinnen und Schülern eine Möglichkeit zu geben, sich mitzuteilen. Zudem sollen die Personen an unabhängige, professionelle Beratungs- und Unterstützungsstellen verwiesen werden können. Im Rahmen der Totalrevision des Schulgesetzes werde zudem überprüft, inwieweit die Aufsicht über die Privatschulen weiter ausgebaut werden könne, teilte das Bildungsdepartement mit. Im Format DOK des SRF erhoben ehemalige Schützlinge der evangelikalen Privatschule Domino Surveit, die heute christliche Schule Lind heißt, schwere Vorwürfe. Sie berichteten unter anderem von systematischen Schlägen mit Gürteln und psychischer Gewalt. Im Film wird auch der Gründer der Schule, der frühere Schweizer Schokolatier Jürg Lederach beschuldigt, Kinder geschlagen zu haben. Gegenüber Kiestone SDR schrieb Lederach im September, er habe niemals Kinder oder Jugendliche geschlagen oder anderweitig misshandelt.